was geht ab meine lieben freunde ihr seht rap taste heute geht es um einen nachruf von kontra k an die berliner polizei nach seiner festnahme gestern machte ein video im netz die runde das zeigt wie der berliner rapper kontra k von einer riesigen gruppe an polizei beamten bedrängt und festgenommen wird nun veröffentlichte der rapper erneut eine ansage die deutlich zeigt was er von dem harten einsatz der polizei hält so da die berliner polizei meine story guckt liebe grüße wenn ihr besser wisst wer ich bin warum könnt ihr nicht ganz normal mit mir reden warum müssen dann sechs sieben acht leute da holt ihr euch richtig heute was meint ihr zu dieser ansage von kontra k schreibt uns eure meinung in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen hoch und ein abo da in diesem sinne bis zum nächsten mal bei raptastisch